Verantwortung Wenn die Welt für deine Gefühle verantwortlich wäre, wärst du in der Tat verloren und der Welt ausgeliefert. Aber Gott sei Dank bist du Schöpfer deiner eigenen Gefühle. Nun treffe eine bessere Wahl für dich und gebe deine Verantwortung nicht mehr an andere ab. Denn jetzt weißt du, dass niemand anderes für deine Gefühle verantwortlich sein kann. Veränderung findet immer von innen nach außen statt, weil du ein Schöpfer deiner Realität bist. Du kannst vielleicht deine Situation noch nicht verändern, aber dein Fühlen darüber. Und wenn du dein Fühlen darüber änderst, verändert sich auch deine Situation. Fang mit dem ersten Schritt an. Folge deiner Freude. In Liebe, Deine Nicola Deine Nicola Deine Nicola Deine Nicola Deine Nicola Vielen Dank.